Hallo meine lieben Kinoblogger und Filmfans da draußen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Hatte ich ja letzte Woche zum Neustart der Serie Cobra Kai auf Netflix eine Kritik oder sagen wir besser gesagt Empfehlung ausgesprochen und irgendwie habe ich dann wieder Blut geleckt, mir die alten Teile bzw. die Karate-Kit-Filme anzuschauen und genau um diese geht es heute in meiner Kritik, besser gesagt um den allerersten Teil aus dem Jahr 1984 und ob er mir immer noch gefällt, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Bis gleich! Als Fan von Martial-Arts-Filmen darf natürlich der Klassiker Karate-Kit aus dem Jahr 1984 bei mir nicht fehlen. Was habe ich diesen Film gefeiert? Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wann ich den das allererste Mal gesehen habe. Ich glaube, das war irgendwann um die 90er Jahre, weil zum damaligen Zeitpunkt war ich gerade mal zwei Jahre alt. Da hat man den natürlich noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja, ich hatte euch ja letzte Woche von der Karate-Kit-Serie Cobra Kai erzählt bzw. die Serie euch mehr als empfohlen und irgendwie hatte ich danach wieder Bock auf die alten Filme und darum dreht sich heute alles. Allerdings um den allerersten Film. Und kurz und knapp geht es eigentlich darum, dass der 15-jährige Daniel LaRusso mit seiner alleinerziehenden Mutter von New Jersey nach Kalifornien zieht. Er hat natürlich so ein bisschen seine Probleme damit. Sie kann sich damit eigentlich gut arrangieren, hat einen neuen Job gefunden. Nur er tut sich da so mit dem Wohnungswechsel ein bisschen schwer. Da kommt noch dazu, dass er von einem Teenager verprügelt wird. Johnny Lawrence, sein künftiger Widersacher, der in einem Karate-Dojo nebenher trainiert. Und sein Meister, sein Sensei hat natürlich so ganz eigene Methoden, seinen Schülern diesen Kampfsport nahezubringen. Wie gesagt, er wird des Öfteren schikaniert. Dann verliebt er sich mehr oder weniger noch in die Cheerleaderin Alley, sozusagen die Ex von Johnny Lawrence. Und ja, am Ende kommt es natürlich ganz Dicke. Er wird von der kompletten Clique von Johnny Lawrence verprügelt. Obwohl er ja eigentlich so ein bisschen sich für Karate interessiert. Nur kann er dem nichts entgegensetzen. Bis ihm der Hausmeister Mr. Miyagi zur Hilfe eilt. Und ihn dann mehr oder weniger in den Kampfsport auf etwas unkonventionelle Art und Weise heranführt. Ja, mehr muss man eigentlich an der Stelle vom Film gar nicht wissen. Ich glaube, ich habe auch schon viel zu viel darüber erzählt. Aber es ist so eine Reihe, die meines Erachtens so ein bisschen den Weg ebnet für künftige Martial-Arts-Filme. Also das ist wirklich für mich persönlich so der Karate-Film-Klassiker schlechthin. Und ich weiß auch gar nicht, wie oft den ich mir schon angeschaut habe. Leider Gottes ist ja der Schauspieler, der ja Mr. Miyagi verkörpert hat, Pat Morita, 2005 an einem Nierenversagen verstorben. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er so um die 73, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, also er spielt wirklich so einen liebenswerten, charmanten, etwas eigenartigen Hausmeister, für den man einfach nur Sympathie haben kann. Also das ist so ein richtiger, so ein kleiner Daddy in dem Fall, weil das Problem von Daniel LaRusso ist ja, er ist ja mehr oder weniger ohne Vater aufgewachsen. Und die Verbindung der beiden, die baut sich natürlich Stück für Stück auf und er nimmt so eine Art väterliche Rolle ein. Und die beiden zusammen, die agieren so super. Also die Symbiose, nennen wir es jetzt mal, könnte gar nicht besser sein. Also von den Schauspielern her hat man sich hier wirklich echt Mühe gegeben. Die wären ihren Rollen mehr als gerecht, auch Martin Cove, der ja auch einer der Widersacher spielt, im Endeffekt der Sensei von Cobra Kai. Das ist so ein richtiger Arschloch, der dretzt so ein bisschen, der dretzt seine Schüler bis zum geht nicht mehr. Eigentlich mehr oder weniger genau das krasse Gegenteil, was ja Karate in dem Sinne ja ausmacht. Und Mr. Miyagi ist im Endeffekt der Ruhepol, der auch Daniel LaRusso da das Ganze nahe bringt. Eben, man kennt es ja vom Film, auftragen, polieren, einatmen, ausatmen. Ich glaube, wer mit der Reihe selber nicht viel anfangen kann, aber dieses typische aus dem Film auftragen, polieren, das hat sich, denke ich mal, bei jedem so ziemlich eingebrannt. Und der Film ist so ein typischer 80er Jahre Nostalgie-Flair-Film. Wer sich damit natürlich nicht identifizieren kann, da wird es sich vielleicht ein bisschen schwer haben, aber ich bin ja in dem Jahrzehnt groß geworden und ich habe einfach eine Schwäche für solche Filme, auch gerade, wenn es Richtung Martial Arts geht. Und das ist so ein Film, so ein typischer Filmklassiker, den kann man sich eigentlich immer wieder anschauen. Er hat sympathische, charmante und authentische Charaktere. Allen voran Mr. Miyagi, der hat es einem wirklich angetan, für den hat man echt viel offen. Und ich glaube, wenn das mein Lehrmeister wäre, ey, ich würde den knutschen. Also, ihr wisst, was ich meine. Und auch Elisabeth Schur als G-Leaderin Ellie, das funktioniert einfach untereinander. Also, da hat man sich wirklich Mühe gegeben, sich die richtigen Schauspieler rauszusuchen. Klar, ich feiere an und für sich alle Teile der Karate-Kid-Trilogie. Ich sage nicht umsonst Trilogie. Der vierte Teil, der um die 90er Jahre dann ins Leben gerufen wurde mit Hilary Swank. Das ist für mich einfach so ein 0815-Abklatsch. Ich wäre mit dem vierten Teil so gar nicht warm. Und dann kam ja 2010 das Remake mit Jaden Smith und Jackie Chan. Mit dem bin ich auch mehr schlecht als recht warm geworden. Da hat es für mich persönlich lediglich Jackie Chan noch ein bisschen rausgerissen. Also, ich bleibe dann doch lieber bei der alten Reihe aus den 80er Jahren. Und das ist wirklich auch gut so. Und man sollte auch dabei bleiben. Die Serie selber, ich verlinke sie auch gerne nochmal oben im Video. Die solltet ihr euch definitiv nicht entgehen lassen. Und für mich persönlich ist gerade der erste Teil der Karate-Kid-Filme wirklich so ein Nonplusultra-Klassiker. Er hat diesen typischen charmanten, authentischen, liebenswerten Figuren, nostalgischen Flair, einen tollen Score. Dann auch gerade für Mr. Miyagi-Verhältnisse, diese fernöstlichen Lebensweisheiten, von denen man sich manchmal so seine Gedanken macht. Weil so Unrecht hat er ja in dem Sinne ja gar nicht. Er ist sehr unterhaltsam. Also, er hat keine unnötigen Längen oder driftet in irgendwelche peinlichen Situationen oder Momente ab. Also, er ist wirklich Nostalgie, pur Versprüter. Ein Film mit Tiefgang, der einen wirklich berührt. Und ich kann ihn Fans wirklich nur ans Herz legen. Gut, ihr Lieben, dann war es das von meiner Seite zum ersten Teil der Karate-Kid-Film-Reihe aus dem Jahr 1984. Wie schaut es denn da bei euch aus? Seid ihr Martial-Arts-Fan? Mögt ihr die Filme? Was sagt ihr auch zur Cobra Kai-Serie? Würde mich brennend interessieren, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Gut, dann haben wir es mal wieder für heute geschafft. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende und bis die Tage. Ciao, euer Basti vom Kinoblog. Bye, bye.